Hallo und herzlich willkommen bei RetroCampbell. Ich bin heute wieder auf die Jagdnachen-Ticket und heute habe ich das Spiel The Arms Undercrown Kingdoms. Viel Spaß! Ok und los geht es. Was muss ich denn hier jetzt machen? Da ist ein roter Punkt. Ok, VIP. Sammeln. Und was denn noch? Hier ist noch ein roter Punkt. Da drauf drücken. Ok, mehr Soldaten habe ich gar nicht. Ok. Gern. Spielgemeinde. Ach, nö. Bitte nicht abstürzen. Ok. Ist noch was beim GM? Da unten. Oh, schon wieder. Ok. Dann gehen wir mal hier auf Bonus. Da war. Einmal das. Hier. Hier. Nichts zum Einsammeln. Hm. Hier ist ne 12. Da ist bestimmt was dabei. Gratis. Hier sind drei Sachen. Gratis. Immer ganz unten. Oder gar nicht. Da ist noch ne 1. Oder gar nicht. Da ist noch ne 1. 10 Euro. 10 Euro. 10 Euro. Na, das war's. Dann hier drauf klicken. Gratis. Oh. Noch zweimal. Ah, so. Dann nochmal ihn auszubrüten. Eine Gewinde Wildameis. 10 Euro. Und da nochmal. Offen. Okay. Das war's. Genau. Jetzt haben wir noch 16 Gebäude. Fleisch. Da kann ich doch einbauen. Ah, ich brauche mehr Arbeit da. Das ist die Wildnis. Schnell wieder rein. Ich brauche mehr Arbeit da. 5 Minuten. Hm. Also anscheinend kann ich hier nicht weiter bauen. Schauen wir uns erstmal die ganzen anderen Sachen an. Nachrichten. Alles lesen. Ja. Alles löschen. Schäme. Alles löschen. Schäme. Aufgaben. Da muss ich was machen. Aufgaben. Schäme. Schäme. Und der Clan. Schäme. Schäme. Ich bin klar. Ich bin klar. Die Wolfgang. Ist das. Lieberryland. Da kann ich was machen. Und das Pierstone macht. Joa, fertig. Möchte man, dass ich wechsle? Warum soll ich denn wechseln? Weil die anderen Leute nicht aktiv sind. So, das hier ist wichtig. Eine verfügbar? Ich hab doch gerade schon mal probiert. Ging nicht. 40 Minuten. Boah. Gewohnheit. werden. Ab Level 7. Ah, noch ein Level. Ah, jetzt geht das. Krieger? Hier gehen nur Südaten rein. Ich habe nur zwei. Immer noch. Aufgaben? Ich bin immer noch beide am arbeiten. Ach, Mensch. Wie kann man nochmal Leute ausbilden? Das war die Kaserne. Ausbilden. Okay. Ach, es geht. Das ist immer noch. Ich verstehe nichts. Ah, warte mal. Ich glaube, ich weiß jetzt so, wie das geht. Nein, das war noch nichts. Da eine war fertig. Dann ist wohl die nächste selber raus. Da ist sie. Geht noch nicht. Auf Level den hier. Okay. Und das hier. Ich glaube, ich weiß jetzt, wie es geht. Ich mache da nicht mehr alle rein, sondern nur... 59, 109 habe ich. Nein, geht auch nicht so. Schade. Ich dachte, wenn ich nicht alle hier reinsetze... Ah, hier kommt bestimmt so ein Kommandant rein, sage ich jetzt mal. Und das sind normale Soldaten. Das wird es sein. Aufwerten. Aufwerten. Die beiden gehen nicht. Okay, jetzt hat das alles. Geht noch nicht. Geht noch nicht. Okay. Ich bin eine ganz schlechte Ameise. Eine Art Trennbahn habe ich hier gemacht. Einmal im Kreis, ja. Da ist die Königin. Und hier... Boah. Es geht einmal im Kreis. Was ist das da? Gratis. Ja. Gehalt. Mein Inventar. Und... Und... Das ist die Einstellung. Oh, da ist was. Und... Ja. Boah. Ist die ganze Zeit so gut. das ist Keine Ahnung, was ich hier einsammeln kann. Achso, okay, was haben wir hier, und hier Kapitel 1. Oh, lass uns mal ein paar Sekunden anschauen, da kann man sich hier Sachen abholen, das ist auch cool. Aber das kannst du jetzt so machen, mit den ganzen Teilen, die dauern jetzt so lange. Ist zwar nicht lang, das werde ich dann machen, später ohne Aufnahmen, weil ich das noch finde und nicht vergesse. So, also hier geht nichts. Lieber kann ich nicht aufhören, doch, geht's doch. Ach, der ist fertig, welcher war nicht fertig? Der hier. Komm, wir machen mal einen Angriff. Ähm, da, da, Level 2 suchen. Da. Angreifen. Oh. Der stärker wie meine Leute. Ich habe Kampfkraft von 112 und er hat. Was schlägt denn seine Kampfkraft? Keine Ahnung, aber er stärker. Schade. Eins. Echse. Marienkäfer. Ne. Geht nicht. Ich bin noch zu schwach. Ich muss da unten in mein Underground Kingdom weiter ausbauen. auch. Ich bin noch zu schwach. Ich bin noch zu schwach. Hm. Keine Ahnung. Hande? Okay. Ah, okay. Da brauche ich also Arbeit dafür. Dann würde ich mir sagen, ich kann nichts machen. Ausfüllen bin ich bei. Na gut, na gut. Evolution bin ich auch bei. Information geht noch nicht. Ausbild. Okay. Da kann ich mir ankaufen. Das war der Händler. Hilfe. Klein Krieg. So weit bin ich noch nicht. Okay, dann würde ich mir sagen, das war's für heute. Spiel beenden. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.